Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Longbow. Wir wollen mal weitermachen. Excavation ist complete. Wo genau? Warum genau? Was haben wir denn das hier? Okay, da sind wir bei Power 65. 73, 77. Okay. Okay, nochmal checken, ist das an der richtigen Stelle bauen? Ja. Okay, dann bauen wir unser Alien Containment. Und machen weiter. Research. Dr. Well's personal note. Cloning, genetic manipulation, biomedical implants. The implications of this technology and the alien's motifs are not reshuing. Okay. Hilfreich. Okay, dann machen wir mal weiter. MUTON Autopsy. Begin. This is the most physically aggressive specimen we've discovered so far, which the troops fondly refer to as the MUTON. I can only assume there's a colorful backstory for such a designation. Okay. Good. So, confounding light, bitte. Commander, the council is requesting a direct link on the secure channel. Okay. Confounding light. What? Bomb disposal. Okay. Wann zur Hölle findet... Ah! Okay. Okay. Na gut. Stell ich unser Team zusammen und müssen uns um noch eine Mission kümmern, bevor wir zu der Mission kommen, die ich eigentlich machen. Auf die ich eigentlich warte. Oh Gott. Okay, also. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hier haben wir unser Team. Wir haben eine Beförderung. Tweaker bekommt Repair. Sehr schön. Und hier sind die Jungs und Mädels, mit denen wir zur Bombenentschärfung schreiten wollen. Wir haben Mama Bear, unser Gunner. Äh, Caper, Infantry, Valdeman, Sniper, Commanding Officer ist Desperado. Scout ist Metroid, diesmal mit einem Laser Rifle. Um auch im Nahkampf ein bisschen besser gerüstet zu sein. Ähm... Deswegen könnte das eigentlich... Du das Ding kriegen, für den Nahkampf. Ähm, dann haben wir unseren Engineer, Tweaker, auch mit dem Laser Rifle. Wir haben Locketeer dabei. Und, äh, den Assault, das ist Multipass. Okay. Gut, wir wollen möglichst fix auf den Beinen sein, um die Bombe zu erschärfen, bevor sie in die Luft fliegt, weil dann ist die Mission vorbei. Aber gut, das werden wir gleich sehen. Ähm, ich trage noch die Änderungen ein und dann fliegen wir los. Okay, dann gehen wir es an. Prepare for deployment, strike one. The area of engagement for this mission will be in India. Strike one, council intel indicates the aliens are charging a plasma bomb of some kind in your vicinity. Time is running short. We need to locate and disarm that weapon before they're able to finish priming it. We have a new objective. Okay. Oh! It seems you've bought yourself some time, but you still need to hurry, you're, well, you know. Okay. Ähm, wir wollen... Wahrscheinlich da hinten irgendwo hin. ... ... ... ... I'm heading to that location. Das war's für heute. Ich habe alles in Blick. Affirmative. Covering now. Ich bin auf. Ich sehe die Gegner. Okay, das ist gut. Ich muss die Bombe finden. Nice. Okay. Headed there now. So, dann machen wir da mal ein bisschen Sachen kaputt. So, dann machen wir da mal ein bisschen. So, dann machen wir da mal ein bisschen. Das war's für heute. Okay. High field, Commander. Hmm. Back my door. Hmm. Ah, I'm cool, yes. Nice! What did you do? Come on now. I'm ready. Yes, I'm ready. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Kommst du auf irgendwie auf eine erhöhte Position? Die sind da hinten, das wird bitter für unseren Sniper. Kommst du auf! Heading to that location. I've sealed, Commander. Affirmative. Covering now. Okay, das aber. Das ist gut. Dann werden die wahrscheinlich hier alle sein. Das ist nicht so gut. Yes, Commander. Here they come. Okay. 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 Come on. Okay. Das hätten wir vorher machen sollen, Birx. Okay. Okay. Not the Damage Reduction. Verdammt, das war knapp. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Roger, dodger Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das Ding ist gefährlich, dahin zu kommen, da ist hier alles offen. Wie viel haben wir denn gekillt? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, die... Okay, die Bahnen kriegen wir... Okay, nächste Runde... Okay... Okay... On my way... On my way... Okay... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, nice Oh, nice I can't shoot I can't shoot Ready to rock Okay Du bist raus Da ist noch so'n Ding, da ist noch so'n Ding Wo ist die verdammte Bombe? Where's the Bombe? Da ist noch so'n Ding 83 Prozent, das ist doch echt nicht zu glauben. Negativ, Waffe leer. Ja gut, da können wir nichts gegen machen. Du wirst wahrscheinlich noch einen von uns vergiften, dass die Sache wirklich ein bisschen lästig macht. Ja gut, das ist doch nicht zu glauben. Was ist das? Er will, dann nimm'n Potshot. Nice, 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 okay. Hunker down, please. Achso, du bist... Okay, du machst gar nichts, auch gut. Okay. Okay. That's zero energy on that power node, strike one. I repeat, power node deactivated. I repeat. I repeat. I repeat. I repeat, power node. Come on, Skash. I repeat. Ja, ich bin. Okay. Da haben wir noch einen, das wird eng, seitlich. Das ist die Frage, wie viele Aliens wir noch haben. Vielleicht keine mehr, das wäre super. Da ist die Bombe, okay. Okay. Gut. Jetzt müssen wir uns so aufstellen für den zweiten Teil der Mission. Der beginnt, so wie wir die Bombe entschärft haben. Dazu würde ich dich ganz gern ein bisschen zentraler haben. Viel bestätigt. Okay, da kommen wir ran. Drei Runden haben wir noch, das müssen wir schaffen. Da ist das Ding. Auf dieser Seite von dem Bus, da können wir dich dann hoffentlich irgendwann wieder einsetzen. Okay. Das ist wieder. Gut. Das ist noch eine Powernode. Das ist noch eine Powernode. Es sieht aus, dass du die Bombe gefunden hast. Geh da hin und reaktiviert es. Objektiv sind geändert. Dafür wollen wir uns aber ein bisschen Zeit nehmen, das Ding zu entschärfen. Und wir haben die Möglichkeit uns hier vernünftig aufzustellen, da können wir ihn schon gerade. Okay, du bist auch wieder bei uns, das ist sehr gut. Oh, shit, da ist es noch. Na gut, hast du gleich mal Panic Resistance üben können, das ist ja auch wichtig für dich. So, das Ding können wir zur Not uns noch holen und das sollte dann reichen. Okay, dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal die Bombe entschärfen und uns dann mit den Konsequenzen rumschlagen. Das wird noch ein Spaß. Okay, ja, dann bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit und wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Okay, bis dahin. Tschüss. Musik Musik Untertitelung. BR 2018